Uferweggeil Radlerbrücke Vorderberg 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 Einbiegung in die Ecke Almstrasse. 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 Kehre 4. Kehre 5 Kehre 6 Aus dem Felsen gesprengte Straße Kehre 14 Eckgeheim Blick auf den Polutnik Blick auf den Polutnik D.E.G.A.M. new revis Der Eggealmsee Okay. Bei der Tellacher Alm geht rechts die Straße hinauf zur Polutniger Alm. Vielen Dank. 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 Abfahrt.